20 Jahre lang habe ich als Creative Executive in Digitalagenturen gearbeitet. Mein Ausgleich für Stress im Job war immer Spaß in der Küche, kochen. Aber obwohl meine Sammlung an guten Kochbüchern immer größer wurde, war ich gleichzeitig immer öfter auf irgendwelchen Online-Rezeptportalen unterwegs, weil man da Rezepte einfach und schnell findet, aber die sind meistens nicht so gut wie die hier. Als das iPad auf den Markt kam, suchte ich nach digitalen Versionen meine Lieblingskochbücher und war enttäuscht von Auswahl und Qualität. Mehr noch, mir wurde klar, selbst wenn man aus all meinen Lieblingskochbüchern Digitalversionen machen würde, es wäre immer noch nicht das, was ich suche. Also entwickelte ich selbst eine Idee. Ich sprach mit Küchen, Autoren, Verlegerinnen und entwickelte die Idee weiter. Vor allem überzeugte John uns, um gemeinsam mit ihm als Partner aus einer tollen Idee ein tolles Produkt zu machen und Caramelize zu gründen. Und wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie auf den Geschmack bringen könnten. Was ist Caramelize? Für Anbieter von Kochcontent ist Caramelize eine einmalige Plattform, um mit Konsumenten in Kontakt zu treten. Für die Konsumenten selbst ist Caramelize eine kostenlose App, eine Art iTunes fürs Kochen. Das Herzstück sind die digitalen Kochbücher. Genau wie in der Printversion kann man sich zu einem Rezept verführen lassen. Aber gegenüber Büchern und auch normalen E-Box gibt es einige echte Mehrwerte. Man kann mit einer Suchfunktion seine ganze Bibliothek durchsuchen. Im In-App-Shop kann man neue Bücher kaufen oder einzelne Rezepte. Hört man sein Rezept, kann man die Zutaten der Gästezahl anpassen. Und mit der übersichtlichen Schritt-für-Schritt-Funktion Ganz einfach nachkochen. Wir würden uns freuen, wenn Sie an Bord wären. Beziehungsweise in der Kompüse. 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 Beziehungsweise in der Kompüse.